Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz 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 neuen Let's Play von mir. Der affige Part wird heute vorgestellt und zwar spielen wir den dritten Teil von Donkey Kong Country 3. Natürlich ist es ein 100% und zwar spieler Dixie Kong Trouble. Jo und ich laufe jetzt nicht. Natürlich ein Spieler und natürlich meinen Originalname mit Mark. So wir spielen. Warum spiele ich zuerst den dritten Teil? Ja weil ich im dritten Teil mich am sichersten wohlfühle. So und dann nehmen wir mal die Video. Ein Dixie Kong. Speicherhülle. Hallo Freunde. Ach ich muss eine alte Stimme. Hallo meine Freunde ich bin es. Diese vorlaute Kramlings in der Schule sind mir total auf die Nerven gegangen. Wenn du deinem Spielschwand abspielen würdest Dixie, komm jederzeit vorbei. Mit meinem ultra coolen Super Duper Maschine werde ich deinen Spielvorschritt sichern. Ja okay Oma. Seht ihr das ist unsere Aufgabe. Und an den Dschungelkreuzungen immer schon nach links. Rechts und nach oben schauen wegen der Affe. Selp. Natürlich habe ich alles jetzt im Voraus gepaart. Bazaar Kramalan. Kammladen. Wow. Natürlich gibt es was ganz anderes zu tun. Sehr gegrüßtig dich. Ich heiße Bazaar und sie soll jedes Mal machen. Alle meine Brüder nehmen und verstreicht über diese Hinsen. Ja sehr interessant. Schau doch mal bei Ihnen rein. Wenn du zufrieden vorbeikommst. So es gibt zwei Sachen die wir sammeln müssen. Wo stammt diese Muschel? Willst du das Spiel? Schon gut danke. Natürlich schon gut und danke. So. Ab geht's zu Chunky Kong. Ne. Funky Kong. Funky Kong vor. Dum 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 dum. Hallo Dixi. Baby. Willkommen im kurzen Bolzverleih. Ich bin tatsächlich ist ein abgelaufener Cousine. Kini Kong. Es sieht zwar ein wenig tollpatschig aus. Ist aber seine Wurfgraflistin. Ja bla bla bla. Gib mir dein Motorboot. Wir sehen uns. Kamm. Natürlich gibt es hier verschiedene Aufgaben die wir heute erledigen müssen. Aber wir fangen mal gleich mit dem ersten Level an. Also mit dem ersten Level Bereich. Ich muss mich an die Steuerung. Das ist. Okay. Das ist. Tauschen. Wie geht nochmal tauschen? Okay. Das ist dran. Bist du fett? Nein. Das ist ein bisschen schwer. Aber wir versuchen alles. Ja. Nein. Wie kann man nochmal tauschen? Boah. Ich muss doch mal überlegen. Toll. Ich hab nur Dixi. Oh ja. Da war nämlich oben eine Bonus. Alter. Ich glaube ich muss nochmal die Steuerung neu ändern. Da ist eine Bonus. Oh ja. Ich weiß warum. Gib mal her. Nein. Komm her. Fettsack. Okay. Und da haben wir schon den ersten Bonus fast. Ja. Es ist wie immer bei den ersten und zweiten. Es gibt Bonusfässer. Und dies und das. Und jenes. Es gibt vieles. Ne. Und wir müssen viele Bonusfässer finden. Nein. Es gibt auch Bonusmünzen. Die haben speziell auch eine. Diese Fortschrittspunktion. Und natürlich gibt es wieder unsere bekannten Decay Münzen. Aber die sind in dem Fall unwichtig. Weil wir die Decay Münzen. Halt den noch fest. Nämlich die sind am wichtigsten mit dem Thema unsere Maschinen und vieles weitere. So jetzt müssen wir noch und noch. Ich werde mit dir hier oben messen. Und das sind sogenannte Speicherfässer. Ich habe jetzt gerade das Gefühl da oben wäre ein Bonusfass. Wenn ich mal wüsste wie man tauscht. Vielleicht gibt es hier unten. Es gibt immer unterschiedliche Bonusfächler. Mal gibt es zwei. Mal gibt es drei. Mal gibt es auch wenigere. Aber ich habe. Hier glaube ich nur. Es ist am Anfang nur zwei. Und da ist ja schon der nächste. Und zwar gibt es im Unterschied. Mal sammel Sterne. Schnapp dir zum Beispiel die 15 Bananen hier. Eins. Zwei. Zwei. Nein. Nein. Ach. Bist du behindert. Zehn. Nein. Sieben. Sechs. Vier. Drei. Zwei. Ah. Fuck. Unverloren. What the fuck man. Und wieder da. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Normalerweise gibt es das. Es gibt manchmal Pässer. Da kann man nicht mehr runter. Und manchmal gibt es auch die Möglichkeit. Wirklich noch. Nochmal zurück zu gehen. Und hat quasi für jede Banane immer zwei Sekunden Zeit. Und hier ist ein alter Bekant. Und hier ist ein alter Bekant. Und hier ist ein alter Bekant. Ich muss erst mal. Ich muss erst mal. Pff. Also. Pff. Ich bin jetzt mal. Ja. Los mein Elefant. Wunderbar. Den sehen wir immer öfter hier. Auch ihn. Und alle Bärenmünze. Und da gibt es schon mal das erste Level. Und die Flagge steht genau gerade. Und das heißt, wir haben alle Bonusfässer. Nächstes Ding. Okay. Wuppa. Gut, dass wir jetzt Dixie Kong als zweites haben. Oh, Bärenmünze. Die kann man gebrauchen. Komm mal her. Dixie, komm her. Oh, jetzt habe ich ihn gegen die Wand geschmissen. Bin ich ein Böser Kong? So. Nein. Und da haben wir auch wieder altbekannte Gegner, die... Nein, was mache ich? Bin ich bekifft? So, jetzt gehen wir mal hier lang. Hier müsste... Oh, ja. Na, das ist ein Speicherpunkt. Äh, ein Dixie-Bomser. Ähm, da gibt es einen Baron. Boah, jetzt muss ich überlegen. Ich brauche doch, glaube ich, doch nochmal. Komm, komm. Oh, pff. So, jetzt müssen wir noch. Einen Speicher fassen wir mal auf jeden Fall. Aber ich frage mich, wo. Fuck. Nicht, dass ich jetzt schon einen Bonus-Fass vergiss, ne? Oh. Und jetzt geht's runter. So. So, geschafft. Jetzt müssen wir jetzt mal gucken, wo hier ein... Hier ist ein Bonus-Fass bestimmt. So. Mal mit mir. Mal mit mir. Irgendwo muss doch hier ein Bonus-Fass sein. Sieht so... Scheiße. Da, hier ist in der Bräule. Ja. Die Wespe hat uns. So, dann sind wir noch im Bonus-Fass. Und jetzt... Finde die Münze. So, jetzt müssen wir einfach nur... Eins... Zwei... Hier. Hier. Oh, ungeschafft. Das ist schon mal der erste Bonus-Fass. Ich glaube, hier gibt's noch einen. Aber... Ich traue... Oh, eine Bärenwünze. Krieg ich mitnehmen. Und hoch mit mir. Oh ja. Diese hässigen... Bienen... Despen. Oder was das auch sein soll. Einfach durch. So. Okay. Nein. Jetzt müssen wir einfach hier oben noch einer sein. Und schon mal mein erstes Leben verloren. Oh, fuck. Natürlich haben wir auch gespeichert. Und das ist ja sehr gut. Aber ich weiß nicht, ob auch uns die... Ja, du. So, bleib mal unten. Ich weiß nicht, ob ich auch den Bonus-Fass gespeichert bekomme. Mwaww. Bist du behindert, du Kiddy-Konge. Komm rauf mit dir. Ich bin Mama. So. So. Und dann wieder da. Hier rein. So. So. Ich hoffe, ich muss das noch mal neu... Nicht neu machen. Nein. Geh rein. Ja. Und ich muss noch mal neu machen. Das darf doch nicht wahr sein. Finde die Münze. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Oh, ich hab sie doch. Okay. Bin ich nicht schon ab? Perfekt. Post. Und die Bärenmünze. So. Und dann rauf. Mit Dixie konkret. Ich hab's bestimmt besser hin. Lass Dixie. So bist du eigentlich ein Mädel. Ein darfes Mädel. Und komm. Oh. Aber auch das Beste an diesem... Äh. Da bleibt wirklich alles drauf. Auch die Bannanzeige. Und natürlich. Ich glaube, ich hab's lange nicht mehr gespielt. Das ist das Problem. Ich hab's zu lange nicht mehr gespielt. So. Komm. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Können. Nein. Äh. Schon wieder ein Leben verloren. Nein. Schon wieder. Ja. Ich muss noch mal gucken. Wo ist denn der nächste Bonus? Vielleicht ist er da am ersten Greck. Ich glaube, ich muss noch mal kurz gleich meinen Buchstaben ändern. Hä? Naja, weil ich hab irgendwie die... Äh. Mute. Mutung. Dass ich das falsch eingeschätzt habe. Wenigstens jetzt schon mal 100 Bannanen und ein weiteres Leben. Und ich hab meine zwei. Und wieder die Bärenmünzen einsame. Sie sind für uns nur wichtig, wenn wir Sachen kaufen wollen. Für den Rest nichts. Nicht mal für den Fortschritt brauchen wir die wirklich. Auch die helfen dem Fortschritt. Zwei kleines bisschen. Aber sonst hilft das nichts. Nein. Nein. So. Brabe, Dixie. So. Nochmal. Schnell hoch, 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 hoch. Dixie. Und geschafft. So. Jetzt sind wir auch dort durch. So. Einfach mal so schweben. Da ist der Bonus. Ach nee. Da geht's um was anderes. So. Wenigstens schon mal die Münze auch eingesammelt. Mal gucken jetzt wo der Bonus ist. Ich vermute es gibt nur einen. Das ist der Level. Ich wünsche den zweiten vergessen. Fuck. Und dann weiß ich aber wo. Ja, ich hab den. Ich weiß wo der ist. Holy shit. Fuck Leute. Ich würd mal sagen. Diesem Bonusfach mache ich offscreen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Donkey Kong. Country 3. Bis dann. Ja. Firstfoi. Two. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020